Die letzte Welt ist die finster Stadt. Zumindest ist es Welt 8. Wer weiß schon, ob das wirklich die letzte Welt sein wird. Jedoch in Mario's Spielen ist es häufig so, dass Nummer 8 somit auch letzte Zahl ist. Nummer 9 existiert einfach gar nicht. Aber auf jeden Fall wird es nach der Story noch extra Content geben. Somit auch ein paar extra Welten. Das ist eigentlich super duper bekannt. Die Roboter sehen cool aus. Okay, die killen mich. Ich wollte es doch mal ausprobieren. Vielleicht schubst du noch einen nur herum. Nee, die killen einen. Okay, ich darf doch mal aufprobieren. Manu. Vielleicht sind sie ja nett. Die sehen nett aus. Wobei ich von jemandem einen Schweif. Ne, einem anderen Schweif. Der andere aussehen aber noch nicht so gut. Der andere ist doch so ein Krakenschweif. Keine Ahnung. Oh, 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 oh. Oh, jahoo. Oh, ich muss den Scheiter umändern. Oh, bin dumm. Bin ziemlich stupid. Aber jetzt habe ich es gemerkt. Okay, drehen wir eine Ehrenrunde. Oh, der kann da gar nicht rüber. Und der auch nicht. Oh, wait. Oh. Ich muss das mit denen auch noch abteilen. Oh, das ist kacke. Nein, stopp. Auf. Nein, stopp. Gehen die immer alle gleich? Herzhaft jetzt. Egal was ich mache. Ich kriege es nicht richtig hin. Aber wie soll ich da bitte durchkommen? Oder warte mal. Tatsache. Den Jump schafft Mario. Oh. Hä? Wie habe ich den jetzt daheim bekommen? Ich darf eine Magie benutzen. Okay, das funktioniert absolut nicht. Wie ich das will. Hori, hori, hori. Jetzt schon. Wieso geht er da durch? Wieso glutscht er sich durch den Block durch? Mann. Okay, das hat funktioniert. Okay, jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Das schaffe ich nicht mehr. 7, 6, 5. Nee, das schaffe ich nicht, weil der blöde Schlüssel nicht nach oben rechts geworfen werden kann. Der kann nur geradeaus nach oben. Time, stopp. Boah, ist aber echt kompliziert. Also, vielleicht bin das nur ich, aber... Ich finde das echt kompliziert. Vor allem sind die auch immer anders am Bewegen. Da, die glitschen die auch manchmal durch den Block einfach durch. Hä? Wie habe ich das denn gerade gemacht, dass die anders... Dass sie sich alle anders bewegt haben? Wie habe ich das gemacht? War ich das nur schon? Wait. Nee, eben nicht. Wie soll ich denn da jetzt rüberkommen? Ha. Nö. Das schaffe ich nicht. Hä? Jetzt mal ohne Witz. Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Hä? Wie sind die, sinken die denn beide? Vorhin habe ich es geschafft. Aber ich weiß nicht wie. Wie? Oh, Mann. Nee. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Das ist mir ein Rätsel. Nee, ich mache doch vor allem auch immer zu, aber der prallt da nicht ab. Der denkt sich so, nee, ich bin jetzt schon 15% in dem Block drin, dann gehe ich auch weiter durch. Ja, so ist es falsch. So ist aber auch falsch. Keine Ahnung. Kann ich es trotzdem so schaffen? Ja, da komme ich nicht rüber, oder? Niemals. Egal welchen Jump ich mache, das funktioniert niemals. Ja, wie? Hori, Hori. Was wird es bei mir? Verdammte. Hä? 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 Wie? Was? Jetzt sind die genau falsch rum. Wie habe ich das hinbekommen? Wie habe ich das hinbekommen? Ja, es reicht wieder mit der Zeit nicht. Natürlich schaffe ich es nur, wenn die Zeit gerade zu Ende ist. Klar, jetzt ist... Oh, Juhu. Das ist doch dumm. Das ist doch extrem dumm. Ja. Toll. What the fuck? Oh, Mann. Mama, Mama, Mama. Oh. Oh. Ach du meine Güte. Oh Mann. Das musste ich jetzt nachschauen. Darauf wäre ich nicht gekommen. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Darauf wäre ich nicht gekommen. Also, ich habe mir schon irgendwas gedacht mit vielleicht, wenn ich mich an den festhalte, aber es hat nicht funktioniert. Wenn man sich an den festhält, und ihr seht schon, und dann die Ketten benutzt gleichzeitig, dann sind die Zeit versetzt. Oder halt, ne? Funktionieren anders. Und genau so muss man es machen. Also, ne. Darauf wäre ich nicht gekommen. Das war mir jetzt... Wow. Das war mir jetzt einfach wirklich zu kompliziert. Aber hey. Haben wir kurz nachgeschaut. Kann man das Spiel weiter genießen? Es gibt ja nur hier und da. In diesem Spiel halt ein paar Stellen, die einfach mir ein bisschen zu hoch sind. Ein bisschen zu schwer. Aber das war jetzt auch eine Spielmechanik eher, die ich einfach nicht gecheckt habe. Die einfach nicht kannte. Dass es so geht. Aber gut, ist auch das allererste Level mit den Robotern. Also, keine Ahnung. Oh, Gott. Was soll das Spiel? Nein, was ist das? Bro. Mario, bist slow. So, jetzt schnell rüber. Schnell, 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 bevor ihr irgendein Blitz kommt. Okay. Was nochmal? Ducken. Und hoch. Hoch. Ah. 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 Oh Gott. Das ist gruselig und knapp. Okay. Soll ich den blauen Schreiber gehen? Ich habe das Gefühl, das war eine schlechte Idee. Ich glaube, wir sollen erst mal den Schalter aktivieren und dann den blauen. Richtig? Ich denke mal schon. Das sind auch hier die Timings anders. Wie habe ich das getroffen? How in the hell? Ich lasse mich nicht nochmal treffen. Auf keinen Fall. Wiihie. Egal wie viele Wiihies und Wiihos ich mache. Nein, warum ich... So. So, einfach schnell durch. Ist auch nicht so eine schlechte Idee. Wo ist das Geschenk? Stopp, 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 stopp. Hä? Wo ist das Geschenk? Da oben? Okay. Ich wollte gerade sagen, ein Geschenk fehlt mir noch. Da oben ist es. Okay, das ist easy. Das ist easy. Ich muss nur mich hier rüber hangeln. Was holen. Rüber springen. Warum sollte man jetzt den roten Schalter aktivieren wollen? Hä? Verstehe ich nicht. Very strange. Gott. Für dieses Level habe ich jetzt so lange gebraucht. Ich glaube, da muss ich ein bisschen was rausschneiden vielleicht. Das war das erste Level. Von dieser Folge. Ich hoffe, wir spielen das Spiel noch durch diese. Apart. Äh, die Welt zumindest. Ich muss mein Bestes geben. Ich muss meinen Skill hochdrehen. Gut. So, ich muss mein Können beweisen. Ich bin gut in dem Spiel. Okay. Ich werde euch das jetzt beweisen. Indem ich jetzt erstmal sterbe. Ah, nee. Komm da rüber. Oh, da komme ich nicht lang. Hä? What? Wieso kommt... Okay, Mario. Alles klar. Springen halt nicht weit. Ne, hä? Was muss ich machen? Da komme ich nicht hoch. Das kann ich unmöglich berühren. Oh. Das Seil. Schnell. Okay. Äh. Das wird zu gefährlich unter dem blauen Schalter. Alles klar. Alles klar, Mario. Kann man machen. Okay, hier muss ich ja nur aufpassen, dass ich jetzt halt nicht genau dann gehe, wenn der rote Laser durchgeht. Jetzt kann ich durch. Jetzt kann ich durch. Da kann ich auch sehr easy dran. Spring reicht. Fein lassen. Jetzt komme ich auch da lang. Oh, knapp. Schön. Perfekt. Jetzt ist halt nur die Frage, wo es weitergeht. Und hoch. Und schnell. Wir brauchen den roten Schalter. Mist. Da oben ist ein roter Schalter. Ist noch ein roter Schalter irgendwo? Blau? Gelb. Äh. Äh. Was? Es gibt keinen roten Schalter. Also, da oben ist einer. Ja. Oder mich einfach ohne. Ich habe die Ketten da gar nicht gesehen. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Okay. Das ist ja easy. Das ist ja easy. Okay. Jetzt hoch. Den Schalter aktivieren. Und dann können wir raus. Glaube ich. Oh Gott. Okay. Schnell. Ach, danke. Mit. Lander. Sicher. Mhm. Mhm. Ich finde es aber schön, wie man... Ah. Wie die Beleuchtung auch Marios Gesicht verändert. Oh Gott. Okay. Kurz Atem angehalten. Wir wollen ja auch sicher hier durchkommen. Und sich den Bart weglasern lassen. So. Euch muss ich wahrscheinlich wieder mit der Kette anhalten, oder? Andererseits. Was muss ich überhaupt machen? Ich bin nach ganz oben gekommen. Alles klar. An dem komme ich einfach so vorbei. Maybe. Maybe not. Er nicht. Okay. Dann wohl nicht. Das heißt, wir müssen den Schalter hier aktivieren. Dann hier hoch an das Ding. Okay. Der lässt mich nicht. Alles klar. Spiel. Verstanden. Komm. Komm. Greif. 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 Danke. Greif. Greif. Nein. Greif doch. Mario. Mama mia. Okay. So komme ich rüber. Das ist schon mal schön und gut. Okay, Mario. Dann springe ich halt einfach runter. So. Geh mich hier raus. Okay. Ich muss noch rechnen. Oh, das ist ein Schocheln. Oh, das ist ein Schocheln. Ach du meine Güte. Oh my God. Oh my goodness. Okay. 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 Rüber. Nein. 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 Okay. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. So. Danke. Wir sind hier rüber. Spring. Spring. Boing. Spring. Boing. Was gibt es hier noch? Wollen wir den Schalter aktivieren? Ja, wollen wir. Wir wollen uns an ihm festhalten, an den Kollegen. Runter droppen. Und der bringt uns ins Ziel. Also, duk natürlich. Oh my God. Was geht hier ab, ey? Was geht hier ab, ey? Warum wird das Spiel immer so übelst schwer? Verdammt. Muss besser werden. Muss simply einfach besser werden. Ganz easy peasy. Kein Problem. Kein Problem. Das Level easy. Ich muss mich einfach nur tragen lassen von den Rittern. Gar kein Problem. First try. Schaut genau hin. Ich mach's jetzt easy peasy first try. Ganz sicher. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Wie kann Mario da stehen? Egal. Ist, äh... Ist, äh... Nichts, was ich unbedingt unterfragen muss. So. Erstmal machen wir uns das Geschenk. Danach kriegt man es nämlich sonst nicht mehr. Glaube ich. Vermutlich. Okay. Mit dem gelben Schalter kann man zum Ziel. Mit dem... Ja, doch. Ja, muss hier gesagt werden. Ich glaub, es reicht schon. Bon. Okay, da... Äh. Komm mir jetzt nicht lang. Dann drehen wir den Spieß um. Ja. Jetzt können wir uns den Schlüssel holen. Ne, können wir nicht. Der Bescheid... Oh, da schaltet was andersrum. Äh, warte. Kann ich hier überhaupt so rumfahren? Hab ich grad ein Upsi gemacht? Ne, hab ich nicht. Ich kann hier lang. Okay. Okay, okay, okay. Umdrehen. Ja. Ah, da komm ich mal... Aber doch, da komm ich hoch. Da komm ich hoch. Nehm ich den hier machen. Dann komm ich auch durch. Ja, perfekt. Hoch. So. Mitnehmen. Schalter. Erst mal den Schlüssel werfen. Dann ich. Dann nicht mich werfen, aber ja. Oh. Okay. Äh. Ich brauch das richtige Timing. Jetzt. Okay, schnell mit dem Flink fahren. Schalter. Rüber. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Nein. Was? Was? What? Was hab ich denn falsch gemacht? Also, das mit dem gelben Schalter ist doch richtig. Kannst du mir sagen, was du willst. So. Gelber Schalter. Oh, warte. Das Geschenk sollte ich erstmal holen. Wahrscheinlich. Okay. Wait. Das ist aber so schon mal richtig, denke ich mal, oder? Ich hoffe, dass sie ist richtig, was ihr gerade macht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Nein. Ich bin doch da. Was anderes würde mir nicht einfallen. Das muss richtig sein, oder? Wait. Ich überlege gerade, ob... Nein, nein, nein. Nicht sterben. Nicht sterben. Äh, nee. Hoch. Einfach nur hoch. Oh mein Gott. Ich will nicht nochmal sterben. Bitte. Es nervt. Ich hab so viele One-Hop hier liegen lassen. Ist das wirklich nicht richtig? Warum? Okay. Ähm. Hält das... Ich bin gerade übelst verwirrt, ne? Sorry, dass ich es die ganze Zeit sagen muss, aber... Das ist halt so. Ähm. Ich bin tot. Scheiß! Okay, was ist, wenn wir erstmal den gelben machen, Schiene umdrehen, dann den blauen. Weil dann müssen wir nicht mit dem Schlüssel erstmal nochmal runter an den blauen zu aktivieren. Aber was ist, wenn wir den blauen gleich aktiv haben wollen, sondern... Hä, warte. Hab ich das vergessen? Ah, doch, ich hab's vergessen. Ups. Wollen hier noch lang und das eben umdrehen. Jedenfalls... Oh Gott. Nicht sterben. Nicht sterben. Bitte. Bitte tu mir den Gefallen, Mario. Warte, duk hier einfach. Das ist einfacher. Und sicherer. Ja. Also was ich sagen wollte. Vielleicht hat der rote Schalter ja doch noch seinen Nutzen. In dem, dass wir den benutzen wollen. Das könnte doch sein. Ich hoffe, wenn ich jetzt hier runterfalle, bin ich tot. Haben wir gerade gesehen. Wenn ich ihn aktiviere, bin ich nicht tot. Jetzt muss ich nur noch den gelben Schalter aktivieren. Problem ist... Da muss ich mich ducken. Ich kann aber den Schlüssel hier hinwerfen. Genau. Ich muss mich hier ducken, richtig? Ja. Okay. Schalter. Mitnehmen, 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 mitnehmen. Gut. Jetzt haben wir's. Ne, haben wir nicht. Umdrehen. Andere Richtung. Wir wollen vor dem Schlüssel hier landen. Okay. Und das war erst der erste Raum. Es tut mir wirklich leid, aber wir müssen das doch nochmal verschieben. Den Endpost-Kampf. Ich hab's mir nicht ausgesucht. Das Spiel ist einfach gerade ein bisschen zu schwer für mich. Komm, schieb mich. Schieb mich. Danke. Kumpel, was... Doch nicht so weit schieben. Stellt euch vor, ich müsste jetzt das ganze Level neu machen. Stellt euch das einfach mal vor. Wie schrecklich das wär. Den ersten Bereich gerade möchte ich am liebsten nicht mehr auch mal machen. So, noch ein bisschen. Komm her, komm her. Ich brauch dich, hab ich da hochkommen. Dank, Kumpel. Bam, bam. Klick halt jetzt runter. Will ich da runter? Glaub schon. Ich glaub, mit dem gelben Schalter komm ich jetzt irgendwo anders her weiter. Also, Run-Up auf jeden Fall. Cool. Nee. Hä? Warst du fürs Run-Up? Wait. Wait, 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 wait. Komm, schieb mich. Nein. Oh. Das ist schon, der will mich squashen. Wie ne Fliege. Komm. Auf. Hoch. Man kann einfach nur springen. Dann landet Mario schon auf den drauf. Was zur Hölle machst du? Okidoki. Da sind wir wieder. Ok, erstmal loslassen. Was macht er seinen Handstand, den wir gesehen haben? Darf ich runter? Noch nicht. Ok. Jetzt gleich runter. Hochdrücken. Immer hochgedrückt halten. Kurz schwingen. Rüber. Nicht einsammeln. Ok. Da können wir landen. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Wie? Was? Nein. Ich habe echt gar keinen Bock mehr. Ich bin da ganz ehrlich. Sterbe ich jetzt? Ja. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. So. Ich habe es. Jetzt Ende ist endlich. Bitte. Lass mich zu meinem kleinen Mini machen. Ich habe es. Oh, es tut mir leid. Das war jetzt einfach gerade zu frustriert. Ich werde hier erstmal einen Cut machen. Wir werden Donkey Kong auf jeden Fall in der nächsten Folge besiegen. Lasst einen Like da. Wenn ihr meinen leiden ja, mein leiden was mein leiden wenn 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 es cool war genau wenn es cool war lasst einen Like da. und dann Vielen Dank.